hi leute wie versprochen ist heute die auslosung und ich will auch eigentlich gar nicht so lange rum hier fackeln ich möchte nur kurz was noch dazu sagen und zwar habe ich in den kommentaren gelesen dass einige die pla rolle wollen und die anderen die abs sollen das kann ich jetzt leider nicht beeinflussen weil das habe ich ja am ersten tag schon festgelegt dass der erste den ich nennen werde die abs solle bekommt und der zweite die pla aber ihr könnt euch ja dann gegenseitig anschreiben im anschluss und könnt das euch dann unter euch dann klären eventuell dann die rollen tauschen beziehungsweise könnt ihr dann die rollen dann untereinander an euch dann versenden ich werde jetzt dann die co machen und der erste wird die abs solle bekommen und die zweite person wird dann die pla oder bekommen so es sind 22 teilnehmer es ist sehr gut für euch weil da habt ihr dann viel mehr glück wie wenn zum beispiel 100 teilnehmer werden so ich habe das eigentlich wieder ganz einfach geregelt weil es nur 22 teilnehmer sind habe ich die namen hier reingeschmissen machen wir auch den deckel drauf dann sehen wir das jetzt nicht da machen wir so ein bisschen so schön rütteln und schütteln dann nehme ich hier so ihr seht da ich sehe das gar nicht im name 1 oder ich halte das am besten in der hand besser und name 2 dann legen wir mal los mit name 1 kick jack johm ist der gewinner für die abs solle und der zweite ist ich wünsche euch zwei viel spaß damit ich werde euch benachrichten ihr kriegt von mir ein code eine zahl diese zahl sendet ihr bitte dann an mich zurück damit ich das bestätigen kann dass ihr die teilnehmer seid zudem noch schickt ihr schickt ihr mir dann die anschrift und ich schicke dann euch die zwei rollen die hier sind also zwei rollen heißt das ist die abs rolle und das ist die pla rolle also herzlichen glückwunsch an die zwei und habt viel spaß damit druckt schön fleißig mit den rollen von german reprap und ihr könnt ihr auch eventuell auch dazu was kommentieren wie ihr mit den rollen klar kommt ob ihr damit probleme hattet oder nicht ich selber habe mit der abs rolle von german reprap noch nicht gedruckt aber in zukunft werde ich das auch tun so aber zu dem pla rollen kann ich wirklich sehr viel sagen die rollen sind einfach nur top ok so hier noch mal die zwei gewinner ars asmi und kick jack johm viel spaß damit wie gesagt ihr kriegt ein code von mir eine zahl die schickt ihr mir zurück mit eurer anschrift ich gleich das ab und dann könnt ihr losdrucken also leute weiterhin schön abonnieren ich habe auch schon gesehen dass die abos wieder weiter hoch gegangen sind ich kann mich eigentlich nur bedanken aber ich will auch jetzt nicht die leute dazu zwingen mich zu abonnieren es ist halt nur so ein gewinnspiel also dann bis zum nächsten video und tschüss